Musik Kontroll, einmal den Führerschein und den Fahrzeugschein bitte. Ich rieche Alkohol, haben Sie was getrunken? Busführerschein? Ich bin bei der Hochbahn. Jeder weiß, dass Papa dich fickt. Aber was keiner weiß, ich sehe es dir gefällt. Es gefällt dir, ha? Wenn der Shortzeit hatte, tränke dich auf die Hochbahn. Das war die Hochbahn. Das war die Hochbahn. Und ich kam die Ex-Norai darauf, wo sie sich in der Hölle Prag in auberen. Sprechen Sie zur Hölle auf dem Wochenende. Untertitelung des ZDF, 2020